Die Gegend kenne ich. In der Gasse wurde ich zusammengeschlagen. Papierst nicht, wann du aufgeben musst. Könnte ich den ganzen Tag machen. Von weglaufen halten sie wohl nichts. Wenn du das machst, lassen sie dich nie mehr in Ruhe. Willst du das wirklich machen? So viele riskieren dort ihr Leben. Ich habe nicht das Recht, weniger zu tun als diese Männer. Ich gebe ihnen eine Chance. Unser Ziel ist eine neue Generation von Supersoldaten. Sie haben diesen 40-Kilo-Asthmatiker angeschleppt und ich habe es durchgehen lassen. Ich suche nach Qualitäten jenseits von Körperkraft. Kriege gewinnt man mit Mut. Granate! Alle runter! Das war nur ein Test? Er ist und bleibt ein Würstchen. Was auch passiert, bleiben sie, wer sie sind. Nicht nur ein Soldat, sondern ein guter Mensch. So spät, um nochmal auf den Topf zu gehen? Sie haben es geschafft. Wer zum Teufel sind sie? Der Erste von vielen. Hydra ist die Abteilung für Hochtechnologie der Nazis. Geleitet von Johann Schmidt. Er hält sich für einen Gott. Und er würde die halbe Welt zerstören, um das zu beweisen. Unsere Technologie ist nicht annähernd soweit. Ich brauche eine Armee und was kriege ich Sie? Glückwunsch. Sie sind gerade befördert worden. Mr. Stark, ich hatte ein paar Ideen, was die Uniform betrifft. Die Mädels, wenn ihr die Bude einrennt. Captain? Wir sind uns recht ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du bist da nicht allein. Was hat dich so besonders gemacht? Nichts. Ich bin ein Junge aus Brooklyn. Hey! Du bist spät dran. Ja, niemand ist perfekt. Bis zum nächsten Mal. Willi Puis 1958